Auf der Freilichbühne in St. Veit tummeln sich Helden, Hexen und Sargengestalten. Wir sind die Rheinweiber, genau, die Hexen des Ohnwalds. Jedes Jahr setzen wir uns zusammen, schauen verschiedene Stücke aus, die Thematiken und in diesem haben wir uns gedacht, sage, war einmal in der Zeit, haben wir noch nie gehabt und wollten einfach mal probieren. Nein, ihr wollt mich schon abbrechen und ich mache, warte ich und warte und bekomme nie, was ich will, ihr seid alle zu gemein! Proben haben wir angefangen Anfang März und Anfang Jänner haben wir die Rollenvergabe gehabt, wo die Leute schon die Rolle lernen und dass wir nachher immer draußen auf der Bühne schon angefangen, im März, dass man da schon richtig spielen kann. Am 14. Juni haben wir eine Premiere, Freitag und die Karten kriegt man, muss man anrufen beim Reservierungstelefon, steht auf die Plakate oder auf Facebook haben wir eine Seite und auch auf der Homepage, kann man lesen, wann die Termine sind, die weiteren auch und einfach rufen und kämen. Wir ziehen über das Großalltal hinaus, aber im Großen und Ganzen wird eine sternenklare Nacht und es werden keine weiteren Staus in den Gassen der Burg und auf der Nibelungenbrücke erwartet. Entschuldigung! 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 Vielen Dank.